So, so YouTube, hallo, hallo und willkommen zurück zu TimeGuessler. TimeGuessler, das sind 5 Runden, 5 Orte, 5 Zeiten. Wir werden versuchen, so gut wie möglich durch das, ja, Bildergewusel zu kommen und 50.000 Punkte zu erreichen. Das wäre natürlich sehr, sehr gut. 40.000 plus ist auch sehr gut. 30.000 bis 40.000 ist okay und unter 30.000 wird schon ein bisschen blöd. Da sollte man dann gucken, dass man das vielleicht hinbekommt. Bin ich mal gespannt. Genau. Ich würde sagen, wir legen los und lassen uns von dem ersten Bild überraschen. Ich bin gespannt. Oha. Es geht um irgendeine Flut. Hm. Sieht italienisch aus. Wir gehen mal rein. Die Löwen hatten wir doch noch neulich. Ich hätte ja Venedig gesagt, aber so viele Autos in Venedig hätte ich jetzt nicht erwartet. Das sieht schon nach Venedig aus, nicht? Aber ich glaube, neulich hatte ich ja irgendwo zwei von diesen Löwen und dann war es nämlich nicht da, wo ich gedacht hatte, in London. Sondern war, glaube ich, in Italien irgendwo. Hm. Auch so dieses Gebäude im Hintergrund. Und mit diesem Übergang da links. Aber gibt es überhaupt Autos in Venedig? Das ist eine interessante Frage. Vielleicht können wir die von oben klären. Haben die überhaupt Straßen? Wozu sollte man hier Autos brauchen an sich, oder? Die haben, glaube ich, alle nur Boote, nicht? Ja. Muss eigentlich voll entspannt sein, oder? Wenn du so ne Stadt komplett ohne... Boah, echt den Luxus, hier so nen Fußballplatz zu haben. Und auch noch nen Tennisplatz. Was hier an Wohnungen hätten stehen können mal. Aha, reiche Gegend. Aber gut, Autos würden wir mal sagen, sind da nicht, oder? Ja, dann ist es schwierig. Das Gebäude im Hintergrund könnte man vielleicht kennen. Ich kenne es nur nicht. Und es ist noch Text. Das ist übel. Okay, ja. Ich glaube, ich glaube 65 oder so ist schon gut. Man sieht ja nicht mehr, was auf den Kennzeichen steht. Das ist ein bisschen schade. Ich glaube, ich glaube, die Teilen ist nicht so abwegig. Kein einziges Kennzeichen zu sehen. Ah, das ist echt blöd. Hm. Ja, große Flut. Gut, Hochwasser kann ich mich jetzt auch nicht dran erinnern. Das kann ja eigentlich überall sein, nicht? Hm. Da steht irgendwas, aber das kann man halt nicht lesen. Auf den Autos. Und da steht als einziges Kampoli... Kapolaira... Kapolia... Schwierig. Eigentlich sieht es eher osteuropäisch aus, nicht? Gar nicht so leicht heute. Und hallo Schleicher! Ich habe immer noch im Gefühl, das könnte... sowas hier sein. Ist ein bisschen zu schmal dafür vielleicht. Ich glaube, die hatte so farbliche Stufen. Vielleicht sind die Autos auch, die hier standen, reingespült worden. Ist da so eine Statue? Da hast du eine Statue, nicht? Ich glaube, das ist hier... Okay, dann sagen wir hier 1965. Mailand war es nicht. Es war Florenz. Ah. Oh, shit. Aber der Florenzadom sieht anders aus. Dann muss das von einer anderen Kirche da sein. Alles klar. Okay, die kenne ich noch nicht. Ah, schade. Okay, und da gibt es auch so eine Figur? Nee, die gibt es nicht mehr, nicht? Da links ist... Rechts ist eine. Die haben die versetzt. Weil hier mittig... gibt es die nicht mehr. Hier hinten gibt es noch eine. Aber die müsste... Dann vom Foto müssten wir ja dann dastehen, von der Perspektive. Äh, die stand anscheinend mal hier auf dem Platz und dann wurde die anscheinend versetzt nach da oder nach da. Alles klar. Oder ist es die Stelle? Und dann wäre das für das Foto komisch, wenn wir da sind. Aber okay. Immerhin noch Italien erkannt. Und nicht nach Osteuropa gegangen. Wobei das vielleicht nicht unbedingt schlechter gewesen wäre. Wenn wir hier drüben oder so gelandet wären. Dann wären wir fast dichter dran. Naja. Okay. 4.250 für die Location. Aber nur ein Jahr weg. Florence flooded during the 1966 flood on the Arno. Gut. Damit geht es in Runde 2. Ist ein 9.200. Das sind gute Punkte, nicht? Kann man sich ja nicht beschweren. Okay. New York Stock Exchange. Easy. Okay. Das sollten wir hinkriegen. Ähm. New York. New York. It's New York. So. Und Stock Exchange. Da. So. Dann sind wir also hier wahrscheinlich. Oh. Krass. Wow. Diese Perspektive. Boah. Oh. Diese Häuser. 90er Jahre würde ich sagen. Ich würde sagen, das ist zum Dreh von Kevin allein in New York. Das ist noch früher. Ich würde 88 sagen. Der ist dann noch jünger. Ich würde fast auf 88, 87, 86. Wir gucken gleich mal. Ähm. Erstmal. Okay. New York. Boah. Bei so einem Fotos, äh, Satellitendinger nicht. Da wird einem ganz anders. Ähm. Keine Ahnung. Dann sind wir... Irgendwo hier. Ich sehe hier nämlich keine Kante. Ist natürlich jetzt schwer, dann einzuschätzen. Von dem Winkel, wo man hier ist. Vielleicht sind wir auf der Seite. Weil ich sehe da noch einen Wolkenkratzer. Dann sage ich, wir sind hier. Okay. Okay. Wir gucken mal. Sehen wir noch andere Merkmale? Donald and Trump. Mehr kann man nicht lesen da drauf. Also, so sehen die Polizisten zumindest in Law and Order aus, nicht? Und das lief auch ab 1990. Also, ich würde sagen, wenn wir 1990, 89 gehen, sind wir auf einer guten Seite. Gestern habe ich ein Foto wegen Jahr verkackt. Ja, das passiert schnell. Komm, ich gehe auf 88, was ich dachte. Ah, die andere Seite. Okay, wo gar kein Gebäude ist. Oder wo man es nicht sieht. Oder wo es nicht eingezeichnet ist. Interessant. Ähm. Merkwürdig. Sieben Jahre weg. 95 doch. Donald Trump posing outside the New York Stock Exchange after listing his hotel and casino company on the Stock Exchange. Nine years later, the company filled for bankruptcy. Okay. Aber die Stelle hätte ich eine andere erwartet. 4.999. 4.999. Scheint ja, okay, das Foto wurde von da auf diese Ecke gemacht dann. Vielleicht. Ja, man sieht es halt nicht, nicht? Aber hier sieht es so aus, als ob gar kein Gebäude da wäre. Und hier steht die Exchange. Hm. Merkwürdig. Okay. 8.999 ist aber noch okay. Weiter geht es. Da war ich 95 Jahre weg. Location 118 Meter. Okay. 11,8 Meter meintest du. Okay. Kaffee Ritter. Kurier. Berliner Kurier. Wir sind in Berlin. West-Berlin. Oder? Autobahn. Burg. Oder Wien oder sowas. Aber Kurier? Ich hätte Berliner. Aber es sieht nicht nach Berlin aus. Okay. Oder ist das hier? W. Wien. Okay. Da haben wir es doch. Da ist der Hinweis. König. Kornig. Okay. Sehr schön. Okay. Ist das da so eine Nummer, ja? Kaffee Ritter. Hat nicht gerade dieses Café zugemacht dauerhaft? Da war doch irgendwie immer wieder Traditionsbetrieb. Schließt nach hunderten Jahren. Das ist doch auch irgendwie ständig ein Thema. Die Straße sieht recht groß aus. Kaffee Schwarzenberg. Das sieht doch nach der Ecke hier aus. Da fährt die Tram. Hier fuhr aber keine Tram. Kaffee Ritter. Gucke ich nochmal, ob ich das noch sehe. Ansonsten ist die Ecke Kaffee. Oh, die haben alle Ecke in Kaffee. Shit. Kaffee. Oh no. Starbucks. Jori. Kaffee. Oh nee. Baltasar Kaffee Bar. Vor allem wenn es zugemacht hat. Und das wirklich das war, finde ich es ja eh nicht. Crème de la Crème. Adlerhof. Wolke. Adam Wolke. Kaffee Kafka. Kaffee Sperl. Kaffee Sperl. 1956, glaubst du. Gucken wir mal. Könnte es recht haben. Auf jeden Fall wieder runde Autos. Aber schon Richtung Eckige. Ich gehe auf 68. Gehen wir auf 69. Ja, ich weiß nicht. Naschmarkt. Haben die vielleicht einen Eintrag, den man von weiter oben sieht? Ritter. Hallo Herr Ritter. Le Burger. Das Loft. Vielleicht gehen wir eher in die Innenstadt. Aber hier sind die Straßen kleiner. Hardrock Café. Klang. Von oben werde ich die Ecke nicht erkennen, oder? Es ist ein Haus, was eine Gerade hat. An einer Ecke. Aber die sind echt eng bebaut, nicht? Es wird also schwierig. Hier sowas müsste das sein. Aber dann an einer anderen Stelle. So eine mittelgroße Straße wie die hier. Ja, keine Ahnung. Wir nehmen jetzt mal das nicht. Das ist mehr in der Innenstadt als unsere untere Sache. Sehe ich noch den Straßennamen? Glaub nicht. Ich könnte gucken wegen Autobahn. Aber ich weiß ja die Himmelsrichtung nicht. Deswegen würde mir das wenig helfen. Dorotheum oder sowas werde ich auch nicht sehen. Oder ist das ein Landmark? Jesuitenkirche, Peterssäule, Stephansplatz. Steilburg, Palais, Palais, Whynot, Herrengasse. Ja komm, 1969 da. Okay, ganz woanders. Und scheint es nicht mehr zu geben. Che Bernard. Oder haben keinen Eintrag. Turek-Moden. Cinderella-Braut-Moden. Libro. Öticket. Würstelstand. Hatte ich aber auch nicht genommen die Ecke, muss ich gestehen. Hier müsste Kaffee-Ritter-Wenn drin sein. Da, Kaffee-Ritter. Doch, da ist es noch. Puh. Die existieren doch noch. Ja, sehr, sehr gut. Okay. 8343. Damit geht es in die nächste Runde. Okay. Ähm, was steht da? To act la human ar is gajep. Okay. Ich würde schon sagen England. Sieht aus wie England zumindest. Können natürlich auch Norwegen oder irgendwo sein. Wir haben Handys. Bei älteren Leuten bedeutet auf jeden Fall nach 2016. Immer ein guter Hinweis und Indiz. Tattoos viele. Also vielleicht sogar schon 2019. Wir haben auf jeden Fall ein Übergangsjahr. Es ist zu Weihnachten. Das Ding müsste man kennen. Sieht aus wie die 80er. Ja, da gab es keine Handys. Und auch sicher nicht so tätowierte Typen, die einfach so rumstanden in Menschenmengen, ohne dass sie im Panik weggerannt sind. So war das halt früher. Das Bild sieht grundsätzlich aber aus von der Qualität, ja, richtig mies. Da hast du recht. Ja. Könnte auch Frankreich sein, nicht? To, 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 ar la, human, ar, gajep. Hm, aber er kann natürlich auch einfach so ein Shirt sein. Ist halt schwierig. Und eine Sprache, wenn man nicht dieses Gebäude kennt, ist man aufgeschmissen heute. Passiert ihr öfters im Sommer? Ja gut, aber das ist zu Weihnachten. Den Hinweis sehen wir, aber das hilft uns nicht. Das muss man ja nicht einschätzen. Aber ja, schlechte Bilder passieren immer öfter. Was, dafür spricht das vielleicht doch? Er 17 war? Das kann echt überall an der Küste halt sein. Werde ich das aus der Höhe sehen? Wahrscheinlich nicht. Das heißt, wenn ich keine Ahnung habe, wo das ist, werde ich es nicht finden können heute. Beim letzten Mal waren wir ja hier hinten. Hier irgendwo. Da war so eine Kirche irgendwie mittendrin. Aber hier war alles Steilküste, nicht? Hier gab es wenig Strände. Hm. Strand sieht auch mäßig so aus. Das kann schon so eine Ecke hier sein. Muss wieder irgendeine Tradition sein. Englisch, Französisch oder Co. Hm. Wahrscheinlich werde ich es nicht sehen. Dafür haben die einfach zu oft Steilküste mit Stranden, nicht? Shit. Shit. Was ist wegen den Tattoos, welche die Straße wechseln? Ach, das passiert dir im Sommer öfter. Immer noch? Heutzutage? Okay, das ist ja verrückt. Ach, das ist kein Thema mehr. Aber gut. Leute haben heutzutage vor den komischsten Sachen immer noch Angst. Ja. Sieht schon alles aber sehr gut aus, so vom Gefühl her. Der sieht halt ein bisschen wie ein Fähranleger aus. Ich habe kurz an Dover oder sowas gedacht. Okay, der ist wesentlich kleiner. Oder ich habe auch gedacht, kurz, vielleicht ist das Jersey oder so. Interessant. Die haben hier schon Wellenflutbrecher oder so. Okay. Naja, aber sowas hätte ich. Aber es steht halt nicht so weit draußen nicht. Das macht es schwer zu erkennen. Das heißt, wenn man nicht weiß, wo es ist, dann kann das hier einfach überall sein. Könnt ihr mal bei Dover rumgucken? Wenn ich nämlich einfach irgendein Ding südlich von Dover Nee, da ist auch nix. Hier haben sie auch mehr Strand, aber hier haben sie so ein rundes Ding mal. Das könnte alter Weltkriegsbunker oder sowas noch sein, nicht? Historisch. Macht mich auf jeden Fall unglücklich, die Gesamtsituation. Hier haben wir mal so einen Steg raus. Das sieht so wiederholend aus. Jetzt geht es in die andere Richtung hoch. Interessant. Hier haben sie auch wieder so einen Wellenbrecher. Scheint ein Problem da zu sein, auf jeden Fall. Gut, der muss ja nicht mal an der Küste liegen, nicht? Das kann auch in der Temse oder so sein, vor London oder sowas. Ich meine, weiß ich, wie es hier weitergeht, nicht? Man sieht halt null. Also. Das kann auch irgendwo in Polen sein. immer wieder diese Seebrücken immerhin, aber Ach, man. Weißt du, wir sind nur so eine Stelle, wo man sich so ein bisschen wohlfühlt, wo man sagt, ja, hier könnte ich mir das vorstellen, das könnte es sein, nicht? Dann wäre ich ja schon zufrieden immer. Manchmal findet man solche Stellen einfach nicht. Richtige Festungen hier am Wasser. Wow. Wieder ein Weltkriegsbunker wahrscheinlich. Hier eine alte Zitadelle. Sieht aus wie der Strand vom D-Day. Vielleicht sind sie von hier gestartet oder so. Historischer Strand. Hm. Jetzt geht es hier wieder rein. Hier ist eine Insel. Was ist denn das für eine Insel eigentlich? Wer ist denn? Die Isle of White. Ah, White. Ja, ich würde sagen, wir sind irgendwo hier, nicht? Keine Ahnung, wieso. Wenn ich irgendwas Rundes am Strand sehen würde, wäre ich schon glücklich. Dann würde ich das anklicken und fertig. Aber ich sehe nicht mal was Rundes. Komm, wir sagen jetzt einfach hier, ist mir egal, 2017. Wow. Okay, hätte ich nur ein bisschen länger geguckt. Scheiße. Es war die Isle of Wade. White, White, Nur im südlichen Teil. Okay, hätte ich nicht wahrgenommen. Das ist zu klein. Aber gut. Aber gut. 4.818 Punkte für die Location. Nicht schlecht. Brits Eing up the Waves before Charity Boxing Day Swim. Okay. Krass. 9.760 Punkte und damit gehen wir in Runde 5. Das ist schon die letzte Runde. Und bisher sieht es gar nicht schlecht aus von den Punkten. Ich glaube, wir sind sogar über 40.000. Die Anzeige hängt, glaube ich, immer ein Bild hinterher. Winton Private Hotel Sporting Goods Fishing Acre Firearms Man muss die Engländer nicht verstehen. Ach, das machen, glaube ich, viele. Das machen ja auch Europäer. Immer ins eiskalte Wasser gehen. Norweger Finnen Samgold Newtons Okay. Wir sind auf jeden Fall 1960 rum. Imperial Riverstone Milk Bar Sandwiches House Furniture Die Autos fahren links. Okay. Macht es schon mal einfacher. Neulich hatten wir so ein Foto und das war Südafrika. Nicht? Da hätte ich nie gedacht, dass in den 50ern und dann war Südafrika und dann hat man nur ein paar Leute im Hintergrund gesehen und dann ah, natürlich. Aber du hast die nicht gesehen, weil die haben auch Linksverkehr. Aber in dem Fall würde ich mal sagen, schließe ich mir Johannesburg aus. Bergmans Eigentlich kann das nur irgendwo in Sydney sein. Wir sehen leider auch kein Kennzeichen. BLP Dann würde ich sagen, wir sind in Bristol oder so. Brisbane Aber warum BLP Hör auf zu zoomen Vielleicht Ballarat BLP Adelaide Queensland Vielleicht ein Bezirksname, nicht? B Wellington Waiko Otago Otago Ne Kann man sehen, wo das Lenkrad ist? Öh Rechts hier auf der rechten Seite Das ist ein ganz altes Auto noch Okay, ich reduziere auf 59 Von der Größe kann es fast nur eine der großen Städte sein Irgendwo steht hier auch, wo wir sind 100 Pro Da ist ein Inder Interessant Gut, dann sind wir eher in in Australien als Neuseeland Rechts ist England Ost Rhein Japan Ja, ja Australien ist schon ist schon ganz klar Also England England ist das hier nicht Das kannst du ja direkt sehen oder? An England habe ich gar nicht gedacht, muss ich gestehen Jetzt wo du England sagst Wegen den Käfern und dem Inder Ich habe England echt ausgeschlossen Wegen Sandwiches Milk Bar Warte mal Gibt es Tea? Aber gut Australien war ja auch britisch Also von daher ist es schwer das zu unterscheiden Die haben teilweise mehr amerikanische Einflüsse hier nicht Cadillac Sam Gold Manswear Mick Simmons Das klingt alles eher nach Australien Winton Pence Hort Entor 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 Ja gehen wir nach Sydney Das liegt zwischen den großen Städten Nicht Newton Hier stand doch irgendwo Newton Newton Hier Newton 710 Ja dann gehen wir einfach hier nach Newton Wahrscheinlich ist es dann die Newton's Road irgendwo Aber Newton ist okay für mich Dann sind wir einfach genau hier Hier sind ein paar hohe Gebäude Keine Ahnung Dann sage ich da 1959 und wir waren ein bisschen weiter nördlicher hätte man eh nicht einschränken können ich glaube das ist alles komplett inzwischen umgebaut heutzutage Ah fährt da eine Tram okay das habe ich nicht gesehen stimmt da ist eine Schiene weil man gar keine Tram hier irgendwo sieht dann hätte ich vielleicht noch eine andere Stelle genommen Arr Gut Hier fuhr keine Tram bei mir Ne Ja gut aber über was reden wir 70 nicht mal 70 Punkte damit bin ich fein damit kann ich leben Viele Autos sind da auch mehr amerikanisch der große vorne richtig das hat dann auch eher Sydney gesagt von der Größe her passte Sydney halt auch und wie gesagt das war ja eh britisch eine Zeit lang hat sich dann nur abgespalten deswegen sind die Grundlagen sehr sehr ähnlich aber die amerikanischen Autos sind dann das Indiz gewesen wo man wirklich sicher sein kann und Newton mit Sydney gerade hat mir geholfen auf jeden Fall zu sagen da sind wir nur drei Jahre weg 62 Traffic Jam in Sydney in the early 60s 9523 damit haben wir starke 45.233 Punkte Wenn ihr auch so viele Punkte habt sharet es oder auch weniger Punkte gerne im Discord in dem Timeguessers Chat ich würde mich drüber freuen das ist die beste Runde seit seit oh ich scroll mal hoch weil ich poste das ja immer fleißig seit dem 20. Februar da hatten wir 48.000 dann bin ich mal gespannt was das Leaderboard sagt und ob mich irgendjemand zum Freund hinzugefügt hat um gegen mich zu gewinnen niemand hat gespielt nicht mal die die ich hinzugefügt habe ich gucke add more friends gibt es irgendwelche pending friend requests keine pending friend requests also fügt mich hinzu dann könnt ihr wie Gregor und Simon euch gegen mich battlen ich bin gespannt was die anderen beiden dann haben das werde ich dann später erfahren und wir gehen nochmal kurz in den Breakdown ja Mailand Florenz der gröbste Schnitzer von der Position heute 249 Kilometer danach sind wir nur in 20 Kilometer war das nächst schlechteste also unter 50 Kilometer alles das heißt das hier ist die weiteste Entfernung dafür nur ein Jahr weg hier die Position getroffen sieben Jahre weg der Donald Trump hier auch fast getroffen in Wien aber sechs Jahre weg das ist damit das schlechteste Bild des Tages das muss man ja auch mal lobend erwähnen mit 8343 Punkte und dann Newport England ein Jahr weg nur und die falsche Seite der Insel gewählt ich weiß nicht wie ich dann am Ende auf die Isle of White 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 wie auch immer gekommen bin aber ja war dann irgendwie Intuition diesmal und das eine Jahr Glück gehabt richtig eingeschätzt und in Sydney gut hätte ich noch ein bisschen suchen können aber ich glaube ich hätte keinen Anhaltspunkt gefunden das zu nehmen außer die Tram vielleicht wenn ich noch ein bisschen geguckt hätte nicht wahr und drei Jahre weg damit eine sehr starke Runde heute und ja man sieht einen kleinen Ausfall hatten wir 45.233 Punkte das nächste Daily gibt es morgen seid auch dabei bis dann und tschüss